Musik 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 Jana, komm an die Maschine Kommen Sie doch schnell rein Musik Grüezi, grüezi, freut mich, ich bin Sandra Ich bin Peter Schön, danke vielmals für den Ball Jana, komm schnell runter Ihr seid eine liebe Nachbar Hat ihr den Ball gebracht? Sagst du Grüezi und Danke Kleiner Ihr habt auch noch ein paar Ballstellen Das könnt ihr sagen Unter uns gesagt Mein Mann ist ja grossartig im Investment Aber zu Hause Jetzt will ich die Hände Ich komme die Lampe später Montieren Ihr repariert auch alles in der Strasse Sehr gerne, das ist der Lieb Sehr gerne, dann kommen wir zum Kaffee und Kuchen Ja, gerne Danke, bis bald Ade Musik 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 Mh, der Tee Schmeckt der fein, du? Sicher, ja, oder? Den habe ich vom Tom bekommen Einen von Singapur Ah, hoi Ah ja Sorry Was ist jetzt das für ein Kaffeekränzchen? Und Sie sind? Ich bin der Peter Ich habe ein bisschen Kupfen im Haushalt Der Peter ist Elektriker? Ja, schau mal den Lampenschirm, der reinkommen ist Er hängt endlich Der, den du nie hochgebracht hast Der, den du nicht montieren konntieren Die Dübel haben gefällt Und die Glühbeeren muss man dann noch auswechseln Dann kommen wir morgen noch mal vorbei Sicher? Oh, das ist lieb Ja, ist das eine Brücke, Jana? Papi, nur eine Dübel braucht keinen Dübel Ich glaube, es ist gut, dann geht es Ich glaube, es ist gut, dann geht es Ich glaube, es bleibt Danke für den Kuchen und den Tee Tschüss, Jana Tschüss Jana, geh bitte ins Zimmer etwas spielen Also ich bin sicherlich noch mal mit dir umgezogen damit so ein Schwiegervaterersatz sich die ganze Zeit in unsere Familie einmischt Beschiefer sich? Genau Auf so einen Loser Der alte Sack, der kann mir nicht das Wasser reichen Warte, schlau Was ist passiert? Geht mir nicht so gut Ich muss gehen Schau zu dir, Jana Ich kann nicht mehr Sie muss um 8 Uhr ins Bett Als er zu einem Flussufer kam, entdeckten seine scharfen Katzenaugen sofort etwas sehr Sonderbares Hallo Papa ist da Bitte ins Wetter In einem Boot, das halb gesunken war, lag ein Korb Bagheera balancierte neugierig auf einem Baumstamm bis dicht an... Sag doch mal, was machst du da? Wo ist deine Mutter? Es ist die Vater da, jetzt komme ich nach Hause Tschüss Raus Raus aus meinem Haus und lass uns endlich in Ruhe Ja Jana hat schon Vater ACH ist das Busch fer ta Sa ta 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020